Die Bilder der Katastrophe in Japan laufen in Endlosschleifen auf den Fernsehbildschirmen in der ganzen Welt. Die Zeitungen sind voll, das Internet unerschöpflich. Schwer sich diesem medialen Strudel zu entziehen. Die nukleare Bedrohung löst Angst in der ganzen Welt aus. Es ist ein Szenario, das eigentlich nur gewagten Science-Fiction-Geschichten vorbehalten war. So manchen Internetnutzer oder Fernsehzuschauer dürfte dies verstören. Diese Bilder laufen jetzt als Dokumentation oder in den Nachrichten, aber sie erinnern sehr an fiktionale Bilder. Ich denke, die Situation ist besonders schwierig für diejenigen unter uns, die sich gern Katastrophenfilme ansehen. Die Bilder sind dieselben, aber man kann sie nicht genießen, denn es sind Nachrichtenbilder. Information genießen, das ist die Aufgabe, die sich Playback stellt. Europas einziger Verlag für Kinderzeitungen existiert seit 15 Jahren. Die Journalisten befolgen eine goldene Regel. Die Realität nicht durch eine rosarote Brille zeigen, unter dem Vorwand, man richte sich ja an Kinder. Die Psychologen sagen uns, die Gefahr ist nicht, die Realität zu zeigen. Die sehen die Kinder im Fernsehen oder Internet. Die Gefahr ist, nicht auf die Fragen der Kinder zu antworten, sodass sie die Ereignisse nicht verstehen. Es ist unsere Aufgabe, zu erklären. Die Situation in Japan verschlimmert sich von Stunde zu Stunde. Auch in den Ländern, die weit von Japan entfernt sind, kann man sich dem Bilderstrom nicht entziehen. Angst und Besorgnis steigen damit noch mehr.